Was ist die Zukunft der Forschungsverbund? Ergebnisse unserer gemeinsamen Arbeit vorzustellen, nämlich in Form des Jahrbuchs für historische Kommunismusforschung 2023, das Jörg Barbarowski und ich gemeinsam als Gastherausgeber herausgeben konnten, vorbereiten konnten, planen konnten. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, dieses Werk, dieses Buch heute offiziell der Öffentlichkeit vorzustellen. Denn zumindest für mich und für einige hier im Raum schließt sich damit in gewisser Art und Weise ein Kreis. Vor gut vier Jahren, im Januar 2019, einige unter euch, unter Ihnen werden sich daran erinnern, saßen wir unweit von hier im Institut für Geschichtswissenschaften auf der Friedrichstraße und haben uns das erste Mal getroffen im großen Kreis und haben darüber gesprochen, was wollen wir alles machen, was sind die Projekte, die wir vorhaben, welche Themen wollen wir bearbeiten und wir haben also die Grundzüge unserer Arbeit diskutiert. Und zu den vielen Themen, die wir damals angesprochen haben, zu den vielen Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben, gehörte auch die Idee, lasst uns doch eine Hermann-Weber-Konferenz zur historischen Kommunismusforschung ausrichten. Aus dem eher wagen, na gut, wir probieren das mal, wurde zunächst ein Antrag, dann eine Konferenz, die wir 2021 unter erschwerten Corona-Distanzbedingungen durchgeführt haben und schließlich wurde daraus dieser Band hier, der nun der Öffentlichkeit vorliegt. Ich werde Ihnen gleich sagen, warum Sie es auf gar keinen Fall versäumen dürfen, einen Blick in dieses Buch hineinzuwerfen und warum es vielleicht auch sinnvoll sein kann, noch einen zweiten Blick hineinzuwerfen. Und vielleicht ist es auch für Sie interessant, ein Exemplar zu erwerben. Anregung dazu bietet der Flyer, den Sie auf Ihren Plätzen finden. Bevor ich das aber in aller gebotenen Kürze tue, will ich all jenen danken, ohne die dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Am Anfang steht die Gerda und Hermann-Weber-Stiftung, deren finanzielle Mittel, deren Unterstützung die jährlich stattfindenden Hermann-Weber-Konferenzen zur historischen Kommunismusforschung ermöglichen und die damit einen ganz wichtigen Impuls zur Aufarbeitung des Kommunismus, zur Forschung leisten. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für das Vertrauen, dass wir unsere Ideen in diesem Rahmen umsetzen durften und die dritte Ausgabe dieser Konferenzreihe bespielen konnten. Danken möchte ich all denjenigen, einige von Ihnen sind heute hier im Saal, die sich zunächst als Teilnehmerinnen und Teilnehmer und später als Autorinnen und Autoren auf unsere Ideen, unsere Vorgaben, dann aber auch auf unsere Änderungswünsche und Deadlines eingelassen haben. Vielen Dank, dass Sie so konzentriert und zielorientiert mit uns zusammengearbeitet haben. Danke an Ulrich Mähler, der gleich auch noch einige Worte zu uns sagen wird, zur Genese dieses ganzen Projekts und auch des Jahrbuchs, der dir, lieber Uli und allen hier in der Stiftung Aufarbeitung, die das Vorhaben so konstruktiv begleitet haben und uns das nötige Vertrauen schenken. Und danke natürlich vor allem an Birte Mayer für die Begleitung des Projekts, das Lektorat, die stets alle Zügel in der Hand hatte und alle Manuskripte besser gemacht hat und wirklich jeden einzelnen Text entscheidend verbessert hat. Und zum Schluss noch ganz persönlich danke Jörg für die Zusammenarbeit. Das war ein ganz großes Vergnügen. So, jetzt habe ich viel gedankt. Jetzt sollen Sie auch erfahren, worum es eigentlich bei der ganzen Sache geht und was wir uns gedacht haben. Unser Jahrbuch für historische Kommunismusforschung steht unter der Überschrift Kontrollregime und Stabilitätserfahrungen im Spätsozialismus. Es geht uns also um das Problem, wie in sozialistischen Staaten nach dem Ende des Stalinismus Kontrolle ausgeübt wurde, welche Strategien der Überwachung und der Repression eingesetzt wurden und welche Erwartungshaltungen sich damit verbanden und zwar sowohl auf Seiten von Herrschern als auch Seiten von Beherrschten. Klar ist also, in dieser Ausgabe des Jahrbuches geht es uns vor allem um das, was man in der DDR vielleicht als real existierenden oder entwickelten Sozialismus bezeichnet hätte. Entstehung und Zerfall dieser Regime interessieren uns eher am Rande. Hallo Herr Petersen. Unseren Überlegungen lag dabei eine Einsicht zugrunde, wie sie etwa von Johannes Gershewski einmal formuliert wurde, der darauf hingewiesen hat, dass autoritäre Ordnung nur dann Stabilität und Legitimität über einen längeren oder mittleren Zeitraum aufrechterhalten können, wenn sie ein Mindestmaß an Partizipation ermöglichen. Daraus entsteht allerdings für jede autoritäre Ordnung ein Dilemma, mit dem sie sich auseinandersetzen muss, nämlich wie lassen sich die Grenzen des Sagbaren, des Erlaubten einerseits ausweiten und andererseits, wie kann man den Kontroll, den Machtverlust verhindern? Und eine Antwort darauf lautet, mit der Ausdifferenzierung und der Professionalisierung von Institutionen der Überwachung und der Kontrolle. Damit aber ging eine zumindest äußerliche Verregelung von Verfahren einher, die aus der Sicht der Bevölkerung mit einer weitgehenden Erwartungssicherheit verbunden gewesen sind. Mit anderen Worten, wer sich regelkonform verhielt, konnte meist, nicht immer, davon ausgehen, einigermaßen unbehelligt, unbeschadet in der DDR, in anderen staatssozialistischen Gesellschaften zu leben. Um nicht falsch verstanden zu werden, das bedeutet nicht, und wir sagen nicht, das ist auch nicht unsere Behauptung, dass damit ein Leben jenseits des Staates möglich gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Vielmehr verband sich damit die unbedingte Akzeptanz der herrschenden Verhältnisse, die immer wieder öffentlich dokumentiert werden musste. Im Gegensatz, oder im Gegenzug vielmehr, Entschuldigung, dazu offerierten die staatssozialistischen Gesellschaften bescheidenen Wohlstand, Sicherheit, und dieses Geschäft basierte dabei letztendlich auf der von allen Seiten geteilten Erwartung, die bestehende Ordnung sei stabil und sie sei von Dauer. Aus der Perspektive der staatssozialistischen Regime war diese Entwicklung ambivalent. Zwar verzichteten die Bürger auf Widerspruch und Widerstand, zumindest die meisten, solange ihre Bedürfnisse nach bescheidenem Wohlstand und sozialer Sicherheit mehr oder minder befriedigt wurden. Die Regime aber wurden künftig daran gemessen, ob sie ihre sozialen Versprechungen einhielten. Und dazu waren die sozialistischen Staaten, das wissen sie, letztlich nicht imstande. Und unter diesen Bedingungen wurde Kontrolle, so unsere These, zum eigentlichen Herrschaftsinstrument staatssozialistischer Ordnung. Es kam also darauf an, dass Unmut sich keinesfalls im Protestwiderspruch und dauerhaften Dissens verwandelte. Die Steuerung politischer Kommunikation und ausgefeilte Techniken der Sozialkontrolle und Prävention wurden Teil des Alltagslebens. Dazu gehörte die prophylaktische Ansprache potenzieller Gefährder ebenso wie die eindeutigen Signale an den Rest der Bevölkerung. Solche Maßnahmen waren Teil eines Systems gegenseitiger sozialer Kontrolle, das der Selbstdisziplinierung und Abrichtung ebenso diente wie der Ausgrenzung von unangepassten Minderheiten. Sozialkontrolle wurde also einerseits institutionalisiert, andererseits war sie wie in jeder Gesellschaft fester Bestandteil unzähliger Alltagspraktiken, die das spezifische Zusammenspiel von Normvorgaben und kollektiven Bedürfnissen hervorbrachte. In den insgesamt 16 Beiträgen des Jahrbuchs gehen die Autorinnen und Autoren diesen und zahlreichen anderen Fragen nach. Die empirisch ausgerichteten Fallstudien, das können Sie auf dem Flyer sehen, bewegen sich geografisch zwischen Havanna und Peking, lassen aber auch Berlin, Prag, Moskau nicht aus. Thematisch ist das Feld, das bearbeitet wird, ebenfalls breit gespannt. Es reicht vom Misstrauen sozialistischer Geheimdienste untereinander über die Frage, wie sowjetische Schriftsteller im westlichen Ausland agierten, bis hin zu dem Problem, wie deviantes Verhalten im Bezirk Potsdam geahndet werden konnte. Gemeinsam ist den unterschiedlichen Beiträgen dabei, dass sie alle, wenngleich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, das Problem autoritärer Herrschaftsdurchsetzung und das damit verbundene Kontrolldilemma behandeln. Dass es sich dabei um ein äußerst aktuelles Thema, ein äußerst zeitgemäßes Thema handelt, muss sich hier wohl nicht eigens auseinandersetzen. Auch die autoritären Ordnungen unserer Gegenwart sehen sich mit den hier besprochenen Herausforderungen konfrontiert und mitunter finden sie strukturell ähnliche Antworten. All dies sollte, so denke ich, genug Grund für Sie sein, im Jahrbuch für historische Kommunismusforschung zu lesen. Falls Ihnen das dort Geschriebene interessant und anregend erscheinen sollte, so wäre das ganz wunderbar. Sollten Sie aber in den Texten Anlass zum Widerspruch entdecken, so freuen wir uns umso mehr. Da glaube ich, kann ich für Jörg genauso sprechen wie für mich. Wir und alle Autorinnen und Autoren freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen. Bevor wir aber zur Diskussion kommen, räume ich das Pult für Ulrich Mehler, der immerhin stellen wird die 30. Ausgabe des Jahrbuchs für historische Kommunismusforschung vor, einige Worte zur Geschichte und Genese dieser bemerkenswerten Reihe zu Ihnen sagen wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Uli. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.